Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Kanal Scorpion Plays Leute Ja herzlich willkommen zu diesem Video Es gibt ein paar Duos oder beziehungsweise ein Du unser allererstes zusammen sogar mit dem Kamu aka wahrscheinlich der beste Playstation Spieler in Fortnite in Deutschland Leute Richtig korrekter Typ, wir wohnen beide in Berlin, vielleicht kommt in nächster Zeit ja nochmal was, man weiß es nicht Leute Wie gesagt unser allererstes Du, wir hatten coole Gespräche, Gameplay war aus meiner Sicht nicht so krass Aber wir hatten coole Gespräche, hat richtig Spaß gemacht Ich würde sagen, schau mal gar nicht so lange rum, let's go Was hast du so in deinem Rucksack anzubieten, wo sind die Snacks und Getränke Digga, welchem Fach liegen die Ja Bruder jetzt, jetzt Digga, ich schwöre ich muss mich echt mal ans Update jetzt erstmal gewöhnen Ist einfach komplett komisch gerade Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie alles am laggen ist, wenn ich diese Waffen aufhebe und so Dann lag das so, das ist so delayed, weißt du was ich meine, vielleicht lag es auch gerade an 50 gegen 50 Du bist einfach schlecht geworden seit gestern Ja das kann auch sein Ey Monte, wie sieht das hier aus Schau mal vor, man hätte mit 18 einfach an einem Tag 70k verdient Digga Das würde schmecken Digga, das Leben Ich wüsste gar nicht, was meine Eltern gesagt hätten, Digga, die hätten das gar nicht geglaubt Die hätten gesagt, halt die Fresse, hast du einen Schlaganfall oder was, Mann Ja, meine Mom hat so gesagt, ja schön So, so hat sie Nice, Digga Digga, sie war einfach null überrascht, sie so Ja schön Aber mein Dad, Digga, der hat sich gefreut und der hat mir auch am Anfang nicht geglaubt Ja, ich gehe hinten Briggs, also das neben L Na jo, Digga, bei mir ist echt 50 Grad im Zimmer gerade, Mann, das geht gar nicht Bei mir auch, Digga Ich gehe auch gleich raus, glaube ich Der arme Danny, Digga, muss trotzdem 10 Stunden streamen Bist du oben bei mir drauf? Ich bin unten drin bei dir Okay, ich gehe zu L rüber Der ist ungelootet Jetzt kommt das Movement Jungs, ich ziehe jetzt erstmal durch, wir hören uns später nochmal, ne, vielleicht, Digga Ja, bis später, hau rein, ciao, ciao Hau rein, Digga Ach, COD hast du auch gespielt, auch so richtig gesuchtet Auf jeden Fall, Digga, aber als Pubs und so, ne, und halt kein YouTube oder Twitch oder so gemacht, einfach gesuchtet halt Ich habe einen Biggi für dich hier oben drin Ich bin ja letztes Jahr erst 18 geworden Ja Biggi hast du? Der ist oben, der ist oben bei der Kiste, wo die Kiste immer liegt Ich habe halt schon, ah warte, dann nimm hier meine Minis, dann nehme ich den Biggi noch mit Ich habe die Downloaden gejobbt Hast du dir Dingens reingezogen, so YouTuber, COD-YouTuber und so? Ja, ja, schon, auf jeden Fall Ich habe früher, als MB2 habe ich ja auch gespielt, Digga, ja, keine Ahnung, da war ich halt 12 oder so Oder vielleicht sogar jünger Klar, Digga, ich habe natürlich auch YouTube geguckt Eigentlich hier bei mir sind welche in Main Ich habe noch keine SMG, Digga, das heißt, ich kann eigentlich direkt köten Das ist halt echt so, ne? Ja Ja, deine SMG, ich bin tot Hau rein, Digga Warte, das ist dann deine SMG, oder? Oder hast du, hat er zwei gehabt? Nein, gönne, Digga, gönne Ich habe eine Deagle Ich finde die Desert Eagle einfach so geil, Mann Wie warst du das hier für einen Sound? Irgendeine Waffe bugt die wieder rum, oder? Ja, ich glaube, es ist ein eigenes Magen oder so Das war es mal wieder komplett Das ist ne Das schießt du nicht, oder? Ne, der ist in diesen Bricks drin Okay, warte Der ist komplett shit, Digga, ich habe den Ist aber noch einer irgendwo Hast beide? Ne, ich bin auch nicht mehr Oben drin oder unten drin? Warte, haben die den Pump damage hochgemacht? Was ist das für eine Bots, Lobby, Digga? Ey, ich glaube, die haben die Pumps wieder hochgepatcht, oder? Die hat gerade heftig damage gemacht, bei mir die Pump Digga, ich bin noch nicht mal da, du hast schon alle geholt, Mann Ähm, ich fern sich neuesten Bots Ähm, Digga Also, die Community hört, Digga, das wäre ja zu geil Äh, ich habe einen Liedernen, Digga Wasst du Rockets? Ja, warte Ich höre hier ein irgendwo Danke, danke Ja, ich höre hier noch Baustelle, oder? Ist er da oben drauf? Oder unten drin? Ne, ist oben, ja Ich versuche es mal mit der Pump Einen habe ich Digga, die Pump macht so ein Babadamisch Digga, wie du die alle holst, Mann, ich weiß nicht, wo die sind, Alter Digga Oh, hier ist die P90, willst du die? Ja, gib mal Wo ist die? Dann dir, Digga Was ist der Waffe ever? Was machst du jetzt? Zum Beispiel jetzt ist immer so die Frage, darfst du schlagen mich rum, was ich jetzt machen soll, weißt du? Weil jetzt ist so diese Ich, was ich gerne Du hast zumindest doch gar nicht genommen Doch, ich hab Was ich ganz gerne mache jetzt, weil enthält sich in der Nähe Eigentlich überall keine Autos und so sind Gehe ich zu diesem Rift hier, oder so, und geh dann in Present Oder, oder, geh zu Dusty rüber, oder so Ja, okay, lass es machen Vor wenig Leute enthält sind Ja, ja Das ist halt der Rift, der am nächsten Ball enthält ist C4 willst du nicht haben, ne? Nee Das ist ja wohl sogar ziemlich schlecht geworden jetzt Ja Ich hab's ja gerade da vor die Renault ausprobiert Mal schauen, wie der, ähm, Noob-Tube es ist Okay, so Der Rucksack ist bis jetzt gemütlich, Freunde Ich kann mich auf jeden Fall dran gewöhnen Der Greasy ist einer geriftet Ich seh ihn Okay Das ist an der Luft Ich hab noch Bounce Pads Ich glaub nicht, dass er zu uns kommt Okay, das ist der, der hier gerade entgegen ist Nein, 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 der wird unseren Rift plauen, schießt auf dich Haben wir gehittet einmal? S1-Shot, S1-Shot Erstmal mit One-Man-Armee, Digga Hai Koma Oum Dikga, Digga Oh mein Gott, wir nichtент unbelie standards Ich persönlich empowermentует Wenn wir sie nachdenken Teilweise Fragen Auswerten Wir haben noch ruhig Ok komm, hier oben ist noch ein Rift, vor uns ist noch einer, der will auch den Rift glaube ich, hinterm Baum hier. Digga! Digga, ja moin. Noch einer hier? Ach Digga, meine Essen, die ist da. Endlich mal zwei Kills bekommen, Alter. Digga, die P90 ist halt so geil, ne? Ich nehme, ach jetzt noch einen Jug-Jug, ich nehme aber erstmal den Biggie. Du hast doch Minis, ne? Kann dir nämlich auch noch einen Bigge geben. Alles easy. Auf die 14 habe ich jetzt mal verzichtet. Soll ich die neuen Minis nehmen, oder soll ich... Media oder Jug-Jug? Ähm, oder ich nehme einfach... Lass einfach alle Full-Sheets trinken, dann nehme ich den Jug-Jug auch mit. Nimm mal Ding ins Omblig, ein goldener Granatwerfer. Ach du hast den Jug-Jug auch dabei, ok. Die hat Kamu dir geschenkt, ich weiß. Nein, nein. Die waren gut fürs Ego. Digga, das ist so ne schöne Treppe. Vielleicht könntest du ja irgendwann echt mal sowas in Richtung Architektur machen, Digga. Vielleicht waren das ja schon die von Pleasant, die wir da gerade geholt haben. Lass mal über den Loot-Lag rüberfliegen ein bisschen. Ja, ja. Warte, irgendwas. Ja, ja. Warte, irgendwas. Ja, weil Pleasant, das hätte alles zu Pleasant gehen, der hat einer geschenkt. Ja, hier unten direkt, ne? Die haben sogar auf uns geschenkt. Ja, was, ich bin unten von unten. Ah, ich bin unten. Ja, ich bin unten. Ja, ich bin unten. Oder sie. Komm, lass mich wieder dieses Scheiß-Ebene bei und danke. Den einen habe ich. Oh Gott, Digga. Ich bin hier gerade. Ein richtiger Baufheit, Digga. Cool. Ich fuck dir mal ein bisschen ab. Ah, ist hier drüber gesprungen? Bei uns bleibt es sonst einfach oder so. Okay, müsste jetzt so sein. Ah, Digga, der gibt ja alles, der Typ. Wo ist denn der? Ja, wir werden uns runterschießen. Mach Bounce Platt oder so. Oh! Hast du? Oh mein Gott, Digga. Ich habe mir einen Deagle halt schon aus der Hüfte gegeben in der Luft. Ja, moin. Ich muss kurz Jug-Jug trinken. Ja, gönn dir. Ey, der Baufheit war diesmal gar nicht so wack von mir. Also zumindest wurde ich nicht komplett zerstört. Ich weiß, wo welche sind. Die sind bei 25 da in dieser Mini-Base. Ah, in der Base dahinten. Ah, ich sehe auch noch einen im Sturm bei Süden. So wurde er halt sich glaube ich gerade. Und man hat ihm einen Gehit gegeben. Einer steht vor der Base dahinten, warte mal. Oh, er geht genau weg. Also bei der auf 26 da hinten. Wie er sich zugebaut hat, Digga. Ja, ich glaube der stirbt hier im Sturm, der Typ. Ich habe halt keine AR um den abzuknallen. Du kannst dir den eigentlich holen. Ist ein Free-Pick. Wo ist der? Welche Richtung? Süd-Osten? Da, da. Hinter diesen zwei Bäumen da irgendwo muss er sein. Okay, okay, okay. Ja, ich sehe ihn da. Du siehst den Baum? Ja, ja, ja. Aber ich sehe ihn gerade. Ich sehe ihn. Ich schließ mal den Baum. Schließ mal den Baum da rein. Er muss sich gleich eh heilen so. Da baut er wieder. Wo ist er immer noch? Ach so, da. Okay. Headshot, Digga. Noll, Digga, what the fuck. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ist das ein Gegner? Nein, oder? Das ist kein Gegner. Ich hab dir gebockt so hart, Junge. Ich war das meine Lieblingswaffe. Das ist einfach ein Rasenmäher. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Da hinten sehe ich sie gerade laufen. Mhm. Ah, schade. Direkt zugebaut. Jump-Head hast du nicht oder so, ne? Nein, nein. Ich glaube, die haben auch die Range verringert auf dem Typ, oder? Kommt, das ist mir nur so vor. Ich bin jetzt erst da, Mann. Noch nicht mal. Ich muss noch mal die Patch-Trots. Oh, Digga. Einer spread mich mit 490. Ah, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Okay, hab ihn. Nice. Das ist einer der Letzten jetzt hier. Beim Jump-Head bleibt mir schon ein bisschen wiegt. Einer One-Shot rechts neben dir gewesen. Warte, den hole ich mir. Den hole ich. Oh mein Gott, Digga. Ich bin wieder in der Luft. Ach, er springt natürlich weg. So mit den anderen. Können du dir den. Nein, Digga. Das war jetzt zum Beispiel traurig. Er ist hier direkt neben mir. Er ist unten. Er ist unten. Er ist unten, ja. Er ist unten. Er ist unten, ja. Da musst du dich rausbringen. Hast du? Oder jetzt hab ich den hingeklaut. Egal. War schon gut. Okay, gut. Nice. W hurricanes. Boas langs.